Der Hafen Draußen könnten noch mehr Cops sein. Es ist zu riskant, einfach zu Fuß zum Schiff zu gehen. Sie werden dich sehen. Es muss einen Weg geben, heimlich reinzukommen. Was soll der Mist? Ich muss zu diesem Schiff. Es sind einige Formalitäten zu erledigen. Dann können Sie weiter. Hört sich an, als könntest du blinder Passagier spielen, Trey. Hält, bevor man weiterfährt. Ja, ich bin schon dran. Das dachte ich mir auch gleich. Leise. Was ist eigentlich auf diesem Schiff? Keine Ahnung. Vielleicht Waffen. Könnte was mit diesem Projekt Icarus zu tun haben. Wenn du den Typ auf Deck gesehen hast, solltest du dich dahin aufmachen. Sobald du deinen Killer gefunden hast, hol dir ein paar Antworten und sieh zu, dass du weg kommst. Da sind eine Menge Cops, also bereite dich auf einen Kampf vor. Okay. Er fährt los. Durer in die Tasche. Nein, nichts. Durer in die Tasche. Die Tasche. Das ist vielleicht nicht weit. Lord, die Tasche. Die Tasche. Da sind wirklich ein Wetter. Ja, wir tun. Ich muss mich mit einer Schlüssel. Das ist schon mal zurück. Die Tasche. Wir tun uns, was wir tun. Die Tasche. Die Tasche ist nicht mehr. Ich muss mich. brenne dich auf 7a, die Fahrung abgeschlossen, regne dich wegen dem A ja genau gib mir die Waffe her ok, die kommen hier her ich muss die Waffe von einem von dort nehmen ich wusste gar nicht mehr, dass das auch so ein Shooter ist am Schluss ach der hat ne Schrotze dann komm her ist das tot fuck ich muss da zuerst näher herankommen, das bringt sonst nix will noch jemand? nicht ok, dann nicht nicht ok da war doch gerade so ein Glyphensymbol ja komm, keine Ahnung wo das ist muss ich hin nach links fuck alter oh man gib mir die scheißen Waffe man stirbt so schnell in dem Spiel, das ist nicht mehr lustig da verliert man ja wirklich fast ein bisschen gib mir doch die scheiß Waffe, reiß sie ihm einfach aus der Hand und sorry aber solche Sachen machen mich echt wütend nicht nicht hihihi hihihi ach ok, andere vorgehensweise Jetzt gib mir die scheiss Waffe her Es reicht Als ob du den nicht triffst Ja nice, danke dafür Wo ist der andere hier mit seinem fetten Maschinengewehr? Lass mich raten, jetzt brauche ich die Dinger bestimmt wieder nicht Jetzt ist die Waffe weg Was bringt mir dieser Raum hier bitte? Von der Ebene aus müsstest du den Lüftungsraum erreichen, so könntest du da durchkommen Ach so Jetzt geht doch da lang, Mann Gibt's hier irgendwas Spannendes? Nix Was? Faithy, Faithy, Faithy Ich muss doch hier ranspringen Ja, jetzt hängst du dich dran, oder was? Versuch von dieser Ebene wegzukommen, bevor die Verstärkung eintrifft Es muss einen Weg geben Ich versuch's ja schon Halt doch einfach mal die Klappe, bitte Was soll das? Äh, nee Ich versuch's ja schon, da rein Ich versuch's ja schon, da rein Nee, wollte ich nicht. Sehr schlafen. Ja gut, so geht's auch. Wo muss ich hin? Schätz mal nach links. Hä? Hä? Bringt mir das irgendetwas? Nee, oder? Doch. Okay. Weißt du, ich komm von irgendwo von da und ich muss jetzt da hoch. Wow, das hat es echt gebracht. Danke dafür. Ich weiss. Aber wie? Muss ich hier entlang und dann links abspringen, oder wie? Oder was? Oder wie? Oder wer? Oder was? Nee, junge Mädel! Okay, gut. Wenigstens im ersten All-Authier geschafft. Okay, da ich hoch muss, möchte ich erst... Mal kurz unten schauen, natürlich. Lifeboat. Wieso hat das Boot bitte auch so viele Schlupflöcher? Okay, gleich sind wir draussen. Auf dem Oberdeck. Oder wie man das nimmt.